Aber hier nicht passend. Oh, hallo. Was soll das? Fred. Wow, hey, warte, du. Eine Sekunde. Nur eine, das reicht. Zack, vorbei. Verheiratet? Ja, sicher. Sehe schon, Fred weiß Bescheid. Stimmt's? Hör mal, meine Firma, mitten in einem Projekt. Große Sache. Zahlen weiß schon. Wir brauchen Daten, Infos, so weit. Etwas kannst du helfen? Sicher doch. Zack. Nur ein paar Fragen. Leben, pardon, Planung, einfache Infos. Schnell, zack, fertig. Ein Frageboden für ihn aus. Kein Problem. Ja, lohnt sich. Ja, mach es jetzt. Wer bist du? Was? Oh ja, klar, sicher. Schau, so ist das. Passt das nicht? Zack, bin ich weg. Wer ich bin, Fred? Was ich mache? Verkaufen. Fred was so obvious. Was ich verkaufe? Seh in Frieden. Bin Vertreter, Versicherung, lizenziert. Lizenziert. Geprüft. Alles legal. Alles okay. Zack. Oh, okay. Du vertraust bin ich? Das sehe ich. Bis vorsichtig. Was? Sehr gut. Gefällt mir. Schau, ein Frageboden. Ein paar Fragen. Einfach nichts Schlimmes. Gibst du Antworten, bin ich weg. Kein Witz. Fünf Minuten. Fertig. Zack. Weg. Fertbereit. Dazu folgendes. Kennst du? Ich frage. Ja, nur. Kennst du einen Rainer? Kleine Kerl. Schwarzer Markt. Hat ein Zelt. Ja, genau. So ist es. Jawohl. Jeder kennt Rainer. Jeder. Der verrückte Rainer. Stimmt's? Zack. Stimmt. Ich kenne nur einen Roland. Hey, wenn du ihn besuchen willst, an welchen Tag klappt's? Oh Gott, ey, es gibt's nicht. Ich weiß nicht. Ja. Wann wollen wir das machen, Leute? Ich würde mal sagen, Montag. Okay, gut. Jawohl. Gut. Echt gut. Genau so. Zack. Ja, dir kann ein... Keiner, was? Was? Ich? Nee. Rainer und ich. Wir können uns nur vom Hörensagen. Egal. Weiter. Okay. Schau genug über Rainer. Ja. Ja. Vergiss es. Nächste Frage. Zack. Was hältst du von mir? Nein, schon gut. Fred kann's ertragen. Kein Thema. Zack. So, Gesicht meins. Was ist's? Traust du diesem Gesicht frisch von der Leber weg? Pfff. Ey. Sicher. Oh, mir platzt gleich der Kragen. Er platzt mir. Ja, gut. Kein Problem. Ja? Sicher kein Problem. Zack. Haha. Fred ist hat dich. Er ist hat jetzt. Machen wir hier weiter. Ja, klar. Warum nicht? Stimmt. Oh, Gott. Ich hab hier ein paar Fragen. Zehn. Nein, weniger. Sieben, drei. Bereit? Zack. Frage. Ich bin oft Opfer von Betrügern, Fälschern oder Täuschern. Ja, das ist die wahre Geschichte. Frage. Ich bin ein guter Eindruck von Versicherungsvertretern. Das weiß ich nicht. Aber ja! Scheiße, ich sollte eigentlich Nein antworten. Egal. Frage. Ich hab mir über die düssere, unvermeidliche Zukunft Gedanken gemacht. Nein. Ja, übel. Ganz, ganz übel. Du? Du hast ein Problem. Willst du es wissen? Also gut. Alleine kein Plan, kein Sicherheitsnetz. Du weißt, was das heißt. Ja, übel. Ich bin ehrlich. Das Profil passt zu dir. Passt perfekt. Ich meine, zack. Du brauchst eine Versicherung. Nicht morgen. Nicht übermorgen. Heute. Ich verkaufe Versicherungen. Unfallversicherungen. Kein Trick. Keine Lüge. Kein Gedrucktes. Alles legal. Verlässt. Unfall gehabt. Bekommst du dein Geld noch am gleichen Tag. Sack. Diese Handelsspitze, sagt ich, dir gefällt es dir nicht verpassen. Du bist dabei für nur 3000 Sterne. Zack. Verrückt. Ja, verrückt. Lass mich dir helfen. Lass mich dir helfen. Äh, äh, lasst mich dir helfen. Hier. Jetzt überschreiben. Und? Oh, okay. Was? Kein Gedäht? Ge-ge-beläts? Kein Sternis? Kein Zack? Äh, was soll das, hm? Lass mich hier reden, denn es ist Zeitverschwendung. Meine Zeitverschwendung. Mir platzt der Kraken. Aber hey, kein Problem. Gott. Vielleicht ein erstes Mal. Ja, du mich auch, ey. Söder. Wir wollen immer noch diesen Scheißteppich, ja. Äh, machen wir uns. Der hält mich einfach nur auf. Super. Ähm. Dankeschön. Das wollte ich. Äh, ich kann mir eigentlich, äh, wieder das... V-N-V-P-Outfit wieder annehmen, abnehmen, äh, nehmen. Anziehen. Wow. So, äh, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Wo soll mir das verbreiten hier? Hier. Ja, das ist gut. Tonk... Tonkachel. Auf dem Boden. Äh, wie sieht das ohne Tonkachel aus? Naja, da sehen wir halt... Steuerung, jo, fucking me out, so, äh, auf dem Boden, yeah, äh, wo kann ich es hinlegen, diesen Normalboden. Aber erst mal, äh, 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 hey, so, äh, da wollen wir noch mal eine Bäre nehmen. Äh, ich bin auch so dumm, oder? Äh, nix, feinlassen. Ich bin auch so dumm, ich bin auch so dumm, wir haben jetzt noch den normalen Teppich, ich bin so dumm. My, is your brain now! Please. So, ähm, wir mal, äh, ich würde mal sagen, äh, 40 Stunden, äh, 40 Stunden Part, äh, 40 Minuten Part. Äh, willkommen, willkommen, bitte sie sich rollen, was jetzt sei es. Okay, äh, ja, ja, was kann ich für dich tun? Verkaufen. Gut, dann zeige ich dir, äh, die Alters, die du verkaufen möchtest. Okay, dann werde ich mal mein Touchpad benutzen. So, Birne, 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 Birne. Kann man hier Birne auch essen? Naja, Waldboden braucht keinen Mensch. Musch, Muscheln, 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 Muscheln. Okay, wie viel? Mal sehen, sobald wäre das... What the fuck? 1.550 Sterne ist für alles abgemacht. Vielen, vielen Dank. Kann ich dir sonst etwas für dich tun? Ich war gerade angesprochen und deswegen... Wir sehen uns gleich, Leute. Das ist sowas von scheißiges. Schon der zweite, der O-Tag hier. Äh, O-Tag, hä? Take here, what the fuck? So, vielen Dank. Äh, nein. Ich will nichts mit dir tun. Nein. Was haben wir eigentlich im Katalog? Dieser Katalog ist auf deine persönlichen Kaufgewohnheiten zugeschnitten. Wenn du etwas Interessantes darin bestellen willst, wähle es einfach aus. So. Ja. Natürlich. Ja, okay. Äh, na, okay. Äh. Äh, Linienpapier wichtig. Schon 15 Uhr, what the fuck? Äh. Wie ich einfach... Äh. Ja, halt dein Maul. Hatte Lob, bitte. Einfach nur hier. Linienpapier. Ähm. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Dann halt nicht. Äh, Rübenpreis. Was haben wir hier? Okay. Ich brauche einen Spaten. 500 Sternis. Äh. Noch nicht. Okay. Mal schauen, was ist das hier? Das ist Medizin. Ja, eine. Äh, doch. Was? Ach ja, natürlich. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Hm. Es geht um meine Tochtergesellschaft. Noc. Punktesystem. G. O. H. Ich habe gedacht GmbH. Aber egal. Sie haben eine Bonuspunktmaschine, auch BPM genannt, entwickelt. Von nun an sammelnst du bei jedem Einkauf Bonuspunkte. Die BPM dort an der Tür erfasst automatisch deine Bonuspunkte. Du kannst den Strand jederzeit an deiner Maschine überprüfen. Geil. So. Äh, was ist hier? Ach ja, das ist ein Flaschenpost. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Nein. Nein, danke. Und Tapete, Tapete. 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 Oder Decke. Decke. Tapete. Stalten. Äh. Na. Was? Wir zeigen. Werde ich mir vielleicht kaufen, aber jetzt noch nicht. Nein. Da wird doch wahrscheinlich dieser Tap, äh, diese, oh Gott, ich hab den Namen vergessen. What the fuck, ich bin zu dumm heute. Äh, ja, das ist eine Großstadt-Tapete, sie kostet, also ich muss da mal, äh, geldfahrende Leute, naja, egal, nein, ok, 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 was haben wir hier, ok, das ist ein Laborstuhl, aha, ziemlich günstig, nein, scheiße, haha, ja, meine Güte hat dein Mund, das ist ein WZ-Zaun, nein, 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 ok, äh, das ist das hier, das Papageitölpe, ja, danke, was ist hier, die Funkte-System, Funkte-Stand, gut haben, 4, noch 29% benötigt, oh, Mathematik, ey, ok, zur Lerbe, so um Prozent wir müssen einfach nur schön sagen das ist das erste Mal was wir machen das erste Mal was wir machen Prozent das ist mein Song oder okay und wie klingt das auch ziemlich geil oder ja perfekt Birne gibt mir Birne kann ich welche essen ich will es mal probieren ach so ich hab ja ich hätte das lieber nicht mitnehmen sollen nehmen und dann hochziehen oder na 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 du hast gar nix wieso wieso ist da dieses geschenk da ich will das haben ich will das einfach so haben ja okay kann ich ja sowieso nicht ich bin ja nicht so groß außerdem ist sie nicht weiter oben was können wir jetzt noch machen Muscheln sammeln hier nein da sind keine Muscheln mehr vielleicht werde ich den Part einfach nur eine Stunde ein stundenpart wird die näher um wir hören ab 40 stand dann schon auf oder ich bitte das auch das blieb doch wieso ist ein Stern aber erst mal nur schon sagen werden sehr viele Busch und Sommeln das ist das dann ja natürlich viel konnte es auch nur alles sein das tauschen so du 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 das das so hier den herschleider frage worte zu promised her deshalb ja verkauft so touchpanel bereits devote und Moschee Röder Röder okay sollte wirklich in Zeitraffer hier einstellen okay passt okay das war's mal schauen können den Herr Schneider fragen so was können wir hier machen hey willkommen willkommen bei der Modeschneiderin und Tina und Seger ihr kannst auch du Modeschneider werden schön das ist hier die die Musik okay okay und was kann ich für dich tun ich möchte designern du möchtest ein eigenes die design entwerfen geht klar für das Material müssten wir ja okay geht du kannst es insgesamt speichern deshalb musst du einsteiger seine hast löschen okay alles klar also gut dann wäre ein designers deswegen ist so mal schauen was wir hier so machen warte okay so passt okay dann machen wir ein gestreiftes T-Shirt okay passt warte ich habe eine noch bessere Idee warte wir machen das Super Smash Zeichen passt eigentlich schon oh Gott ja du mich auch ne wir machen mal schwarz und dann machen wir hier mal rot ja Zeitraffer jetzt oh Gott ey äh ja oh Gott das sieht so voll hässlich aus ey ok ok so so ähm 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 ja das sollte ich eigentlich nicht so und so ähm weg damit Prozent Prozent das sieht voll kacke aus aber egal so wow ist gut wow so wie der eine sich einfach nur freut ne what the fuck so ja okay so okay ja wir müssen jetzt einfach diese Part über sprechen du bist fertig sag mal welches Konzept hattest du bei diesem Design im Kopf förmlich oh ja jetzt wo du es sagst gehe ich genau was du äh sehe ich genau was du meinst wie nennst du das äh was Super Smash Bros what the fuck S S S S Super Smash Bros okay es geht auch ein bisschen ausführlicher Super Smash Smash okay dann hat nicht okay das passt aus sowieso das macht dann 350 Stern ist bitte können wir sonst etwas für dich tun nein oh wirklich da kannst du jederzeit wieder fragen äh tu das gerne okay äh können wir jetzt machen hier okay äh sowas mehr Spaß das sieht irgendwie herzlich aus sehr egal ähm hö 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 da werden wir wahrscheinlich hier unser ähm egal Kirby okay ähm wohin werde ich es hin tragen ich habe eine Mütze ich habe eine Mütze what the fuck wie sieht das aus naja naja ne ich will schon ein älteres Design haben ich will eigentlich gar keins haben ähm du äh du ich auch wow es geht ja es geht ja ganz wunderbar hier äh kann ich mit gar nichts haben wie kann man das absetzen bitte ich kann sogar verkaufen oder aber ich will meine ach egal ach wir kommen äh kommen wir machen eine Mütze das kann ich für dich tun ich will die sein so dann machen wir mal äh dieses ist so hässlich okay äh die ja gute Aussage love das ist so äh okay 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 ich will ja nicht gibt es meine Lieblingsfarbe machen wir mal ist jetzt mal gelb wieso ist alles dunkel aber kann nicht die Farbe ändern wohl ist es geil ähm äh hier ja passt schon hier noch so eine Grenze bei Endeffektion kann man hier sowas von viel machen what the fuck so ähm ja äh schuh äh ja ich könnte es eigentlich auch lassen egal eigentlich egal rot ja klar super ganz super gemacht Mike ähm rot okay was ist jetzt hier also äh bau vau dumm Prozent dann noch schwarz ich habe es eine ganz gute Farbe das ist die Dauflieber TV dieses Prozent Störungsbild ja das ist geil ist das äh du bist fertig sag mal welches frisch oh ja jetzt ist genau was du meinst wie denkst du es okay äh T V Bild ja super du bist auch klar taste Prozent das ist so groß aufhinein ist das machst du mit ja okay was können wir sonst wird wird uns tun nichts und wirklich du kannst du jederzeit wieder fragen ich hätte ihn dir gerne ja das hoffe ich mal zumindest ähm kann ich bitte meinen Hut ändern das wäre sehr nett so TV-Bett Störung das sieht geil aus okay das war's oh ja dieses Stück vor der Formativer aus nur mal äh Klacks Outfit wie darf's was darf's sein sehe ich nur um okay das sind auch sehr viel dabei Kaffetti ja ich kaufe es okay äh aber erstmal lass ich meinen so das Matchbox Outfit ja viel viel Dank wir suchen uns bald wieder wir ehren sehen uns bald wieder ja super ja super Untertitelung des ZDF, 2020